Und es geht nicht einmal so um die großen Sachen, es gibt auch kleine Dinge, zum Beispiel am Ritten oben, Logopädiedienst, der soll jetzt abgeschafft werden. Das heißt, die Eltern müssen zu den unmöglichsten Zeiten die Kinder vom Ritten nach Bozen bringen, statt bisher oben, wo sie zu Fuß diesen Kurs machen können. Und hier geht es wirklich um das Wohl und die Zukunft unserer Kinder und das kostet nur ein paar Tausend Euro. Wissen Sie, was rund 200.000 Euro gekostet hat? Die Werbung mit der Merkel-Raute. Erschienen in zwei Tageszeitungen an einem Tag. 200.000 Euro, da ist noch nicht einmal der Grafiker dabei. So, aber der Logopädiedienst, der wird gestrichen. Es reicht also nicht mal für die kleinen Brötchen.